Hallo liebe Kerbernauten und herzlich willkommen zu einem extra kurzen Videotutorial zum Thema Wie installiere ich Mods? Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich bin auf der Kerber Space Program Seite und bevor ich Mods installiere, stellt sich natürlich die Frage, wo kriege ich Mods her? Da gab es lange Zeit auf der KSP Webseite etwas, das nannte sich Kerber Space Port. Das gibt es nicht mehr, das wurde abgelöst Ende Mai von Mods at Curse. Und man sieht es hier, wenn ich hier mouse over, dann ist unter Community Forums Wiki und Mods at Curse. Und ich empfehle euch, wenn ihr Mods sucht, nicht nur Mods at Curse aufzurufen, sondern auch die Foren von Kerber Space Program. Ich mache sie hier einmal auf, die sind natürlich in Englisch, aber was ihr hier rausfinden wollt, das betrifft in erster Linie, ob euer Mod hundertprozentig kompatibel ist zu der aktuellen Version, die es so gibt. Das läuft hier nicht unter Mods, sondern unter Add-ons. Und da kommen wir eventuell später zu. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz an, wie die Curse Seite aufgebaut ist. Man sieht es hier, jede Menge Unsinn, der ganze Unrat, die Werbung etc. Und wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr hier schon die wichtigsten Mods nach Downloads aufgelistet. Und da sind auch ein paar wichtige dabei. Wie gesagt, ich werde noch mal ein kleines Video machen zu meinen Lieblingsmods. Und da steht natürlich noch nicht allzu viel, was die jeweils tun. Da gibt es hier entsprechende Kategorien. Aber wenn ihr mal ein paar ausprobieren wollt, dann bleibt ruhig erstmal bei denen hier auf der Startseite. Gerade sowas wie Kerber Engineer Redux oder KW Rocketry sind ganz tolle Packs. Und ich klicke jetzt einfach mal beispielhaft den Kerber Engineer Redux an, um euch mal zu zeigen, wie die Seite so aufgebaut ist. Da könnt ihr im Prinzip sehen, wie groß die Datei ist etc. Und das, was wichtig ist, ist das hier. Supports Version 0.24.1. Also da könnt ihr sehen, mit welcher Version das Ganze kompatibel ist. Was ihr hier aber auch schon sehen könnt, ist, hier steht 0.24.1 und hier steht schon 0.24.2. Das heißt, diese Informationen sind nicht immer hundertprozentig aktuell. Da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Eine andere Möglichkeit zu gucken, inwieweit das auf aktuellem Stand ist und um in der aktuellen Version läuft, ist in die Comments zu gucken, unter den jeweiligen Mods. Aber weshalb ich konkret auf das Forum verwiesen habe, ist, weil das Forum der Ort ist, an dem ihr die besten Hinweise dafür bekommt. In diesem Fall, wenn ihr hier aufs Forum geht, könnt ihr hier zum Beispiel, wie, was, welches hatten wir gemacht? Kerber Engineer. Und dann geben wir einfach unsere Versionsnummer an. 0.24. Und dann bekommen wir dazu höchstwahrscheinlich einen Thread, den wir hier finden, wo das Mod gelistet ist. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Da ist er nicht dabei, aber man sieht hier zum Beispiel Procedural Flaring, ist auch ein sehr bekanntes Mod. Und Kerber Engineer Redux, da ist es. Da klicke ich mal rein. Und da erfährt man auch mehr davon und vor allen Dingen sieht man auch, was die anderen User posten. Und zumut gehen wir auf die letzte Seite, wenn es hier keine aktuellen Informationen gibt und findet raus, ob die User damit Probleme haben. So viel dazu. Runterladen könnt ihr das Ganze auf der rechten Seite des Bildschirms, Vorsicht, hier wird wieder probiert, dann irgendeinen Unsinn zu verkaufen. Downloaded Premium Fast Speeds, muss man auch Premium für Blechen. Das ist Schmutz. Wir machen das kostenlos. Wir klicken auf Download Now und dann noch ein Fenster mit noch mehr Werbung und dann beginnt irgendwann der Download. Da ist er. Und das sind meistens sehr, sehr kleine Packages. Die sind nicht besonders groß. Es sei denn, ihr habt irgendwas mit ganz vielen Texturen, also irgendwelche Parts, die sehr viele Texturen haben. Oder sowas wie ich jetzt mit den Wolken installiert habe und der Atmosphäre, dieses Visual Enhancement Mod. Die haben natürlich größere Packages, aber sowas wie der Engineer Redux, die sind super klein. So, wo wollen wir mit sowas hin, mit dem Engineer Redux? Das ist dann die nächste Frage. Wenn ihr KSP direkt bei Squad gekauft habt, dann wisst ihr auch, wo ihr es sozusagen beim Installieren hingetan habt. Wenn ihr es wie die meisten über Steam gekauft habt, dann müsst ihr sozusagen erstmal das Steam-Verzeichnis finden. Gott sei Dank bietet Steam einem da eine sehr einfache Möglichkeit an, nämlich hierüber zu gehen. Man sucht das Spiel in seiner Library-Liste oder Bibliotheks-Liste, heißt das auf Deutsch. Sucht sich das hier raus, da ist es ja schon. Und geht hier unten auf Eigenschaften oder Properties. So, der mittlere Reiter heißt dann hier Local Files oder, ich glaube, örtliche Dateien. Und wenn wir da draufklicken, finden wir hier oben den Button Browse Local Files oder örtliche Dateien ansehen. Und wenn wir da draufklicken, öffnet er bereits das Spiel-Verzeichnis. Und da wollen wir hin. Ich tue das jetzt mal auf die rechte Seite. Und wir gehen zurück zu unserem Browser. Und ich öffne jetzt unseren runtergeladenen Engineer Redux. Und, ups, close. Und wir sehen hier eine Readme. Die können ganz interessant sein. Die wird uns wahrscheinlich erzählen, wo wir das hin installieren müssen. Aber das weiß ich ja schon. Denn 90% aller Mods, wenn ihr hier in kein Readme findet, wo es beschrieben steht. 90, 99% aller Mods werden installiert in den Folder Game Data. Ich mache den hier einmal auf. Man sieht, ich habe hier schon ein paar Sachen installiert. Im Ordner Squad, das ist der einzige, der normalerweise hier drin ist, wenn ihr das Spiel nackt und neu habt, sind die Originalteile drin. Und alles andere sind Mods. Und wenn ihr ein neues Mod hinzufügt, dann fügt ihr es in den Ordner Game Data und zieht das hier einfach rüber. Zack. Und das ist alles, was ihr tun müsst. Jetzt muss man natürlich noch das Spiel starten. Und wir werden das mal tun, um zu überprüfen, ob das Mod jetzt da drin ist. Close und Play. Und da sprechen wir uns gleich wieder. So, und ich habe das Spiel einmal geladen und bin jetzt nur kurz ins Baumenü gegangen, um den Kerbel Engineer hier mal aufzurufen. Und ich sehe gleich, hier sind schon die Teile davon. Das hat also geklappt. Ich klemme das jetzt hier einmal kurz ran. Und wir kriegen gleich ein Fenster. Dazu erzähle ich was, wenn ich euch das Mod selber nochmal vorstelle. Und dann gehen wir auf die Startbahn. Denn ich wollte euch noch etwas zeigen, was jedes Mod oder jedes zweite Mod mitbringt. Nämlich, wenn ihr eure Mods erfolgreich installiert habt, dann entstehen je nach Mod Buttons wie dieser. Das gehört jetzt zum Docking Alignment Indicator. Das ist auch ein sehr gutes Mod, was ich euch vorstellen werde. Oder dieser hier. Das ist der Mod von der Kerbel Alarm Clock. Das ist auch ein essentielles Mod. Und die kann man in der Regel anklicken. Manche sind situativ, so wie der Docking Alignment Indicator. Und manche sind es nicht, so wie die Kerbel Alarm Clock. Und so könnt ihr dann auf eure neuen Funktionen zugreifen. Und hier ist der Flight Engineer. Das neue Teil, was wir gerade installiert haben. Auch das hat ein Fenster aufgemacht. In der Regel kann man die auf und zu machen, je nachdem, wie das Mod konfiguriert ist. Und das war es auch schon. So einfach lassen sich Mods installieren. Ein kleines Wort der Warnung. Es gibt Mods, bei denen weitere Mods mit eingebaut sind. Das heißt, es gibt Abhängigkeiten zwischen dem einen Mod und vielleicht einem anderen Mod. Und beispielsweise installiert er ein spezielles Texture Pack. Das braucht dann vielleicht ein Mod, das nennt sich Texture Replacer. Und wenn der Modbauer clever war, dann hat er den Texture Replacer gleich schon mit in das Zipfale gepackt. Wenn er nicht so clever war, oder wenn das andere Gründe hat, dann müsst ihr das nochmal separat ziehen. Dazu findet ihr möglicherweise was bei Curse, aber noch eher findet ihr etwas dazu im Curble Forum. Das heißt, sucht immer nach dem Mod nochmal im Curble Forum, um solche Abhängigkeiten festzustellen. Wenn ihr Mods habt, die sich bestimmte Abhängigkeiten oder andere Mods teilen, gilt natürlich zu beachten, dass ihr die Versionsnummern so handhabt, dass ihr möglichst immer die aktuellste Version drauf habt. Das heißt, ihr habt beispielsweise ein Mod 1, und dann ein Mod 2, und beide brauchen sie Mod 3, und ihr entpackt Mod 1, und das hat eine Version von Mod 3 drin, mit einem Datum von 2012, und ihr entpackt Mod 2, und das hat eine Version von Mod 3 drin, mit einem Datum von 2014, dann solltet ihr probieren, das 2012er mit dem 2014er zu überschreiben, und nicht das 2014er mit dem 12er. Das war es eigentlich auch schon. Es gibt ein paar Sonderfälle, die zeige ich euch im Zweifelsfall nächstes Mal, wenn wir uns Digi Mods anschauen, und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren der Mods. Tschüss!